Ja Leute, was geht und es geht weiter hier mit Let's Play Saints Row The Bird mit den Pirates letztes Mal haben wir eigentlich mit dem Verzeihungsbetrug angefangen das Spiel abgestürzt und jetzt fangen wir wieder mit dem Verzeihungsbetrug an und hoffen, dass es heute funktioniert genau, so das war der Plan das war so toller Plan, ne, ja genau, wir hatten ja schon einmal kurz angefangen wir machen das jetzt doch mal und besser und keine Ahnung ähm, ja, wir haben den Laden letztes Mal gekauft und dann haben wir eine Hauptmission gemacht, weil ich dachte, so nochmal anfangen und dann haben wir auch doof und ja hat nicht ganz gepasst egal ups gut oh ja und das laufen ja, einer hat brüllt mir die Ohren voll und da hab ich auch keinen Bock drauf, wenn sie das Headset voll brüllen zu lassen von der Musik lassen wir das hier, so ein bisschen zukunftsmäßig, ne es interessiert mich doch nicht also scheiße oh ne kacke nein, dann lässt ich jetzt laufen aber irgendwie läuft gerade auch den kriege ich, den kriege ich, ja bei mir gibt es keine Vorfahrtregel der Stärkere, der Stärkere, der Stärkere gewinnt oh, die Polizei, hast du die Polizei fängt an mich zu, ja, oh, der geht höher, der, der, der Streifen geht höher muss ein bisschen aufpassen hat das Spiel so was, die Verkehrsregeln, ein bisschen, die Verkehrsregeln jetzt nicht, aber ja, wohl so ein bisschen, ja, dass die Polizei da auch achtet und sinds leicht man find's aber auch gut, dass die Polizei noch nicht aktiv wird bei meinem Fahrstil, find ich das auch richtig ich fahr so gut so, jetzt komm so, dann kann man die Steuern nochmal angucken Werft die Verfahren aus, in der Luft kannst du Lass da ein bisschen, das ist so viel wie möglich ähm, um den Punkt, äh, äh, ja, genau oder was? Nö, also, nur, dass ich in der Luft dann ah, okay, dafür ist ich nicht einfach irgendwie, okay ich glaube, ich habe jetzt lieber verstanden ah, jetzt ist es oh 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 das ist erledigt, ja, nice easy, ah, so geht das ja, jetzt hat er verstanden, die Steuerung das hat man eben nicht verstanden ah, jetzt hat er geklappt, sehr gut ja, dann geht's ja so noch fünfmal, genau, äh, denn das letzte Mal ist immer dann, äh, das andere denn dann noch fünfmal müssen wir das machen genau, shady oaks, ne? oh, geil oh, geil sorry, I need this so, werfen wir uns einmal vor ein paar fahrende Autos und dann können wir, wollen wir den nächsten, ich finde, wir müssen mal gucken, ob ich der nächste Folge, den nächsten, ähm, war, äh, den nächsten mache ich mal, ich glaube, wir können das diese Folge durchmachen ich weiß es noch nicht ich weiß es noch nicht hundertprozentig, weil ich weiß nicht, wer wir dafür insgesamt brauchen werden aber wenn es jetzt so gut läuft wie eben und das bleibt so, dann, ja eigentlich ist das auch immer das schwerste gewesen, vom ganzen Spiel diese Aktivität also immer bei den anderen Sands zu teilen, natürlich aber es ist eben einfacher, weil es war das erste von, von sechs aber hier gibt es auch nur sechs, komischerweise müssen wir mal gucken wie schwer die jetzt werden oder ob die überhaupt schwerer werden oder wo gleich bleiben mal gucken oh, vier Millionen oh, vier Millionen der oh, vier Millionen oder vier Millionen und die war ein servieter stau ernst ernsthaft wow da kann man gelte sie mich ja ja klar wie ein stau funktioniert ja toll empfangen sie da nicht weiter weil da jetzt ja gut da müssen wir uns mal die richtung begeben und hoffen wir das spiel ist auch ein bisschen akzeptiert nein ich jetzt immer sich aufstehen muss aber meint das ist lief ebenso geil wenn wir das gemacht hey ach komm ein ne oder es hat mich jetzt abgeblock doch kommen genau die zwei millionen voll von aber sowas wie eben jetzt fangen die hier wieder an mit stau das ist ja nervig toll gemacht weil es ja dann nichts bringt ja jetzt können die autofahren mehr toller wenn die die fahren bedeutet dann dass wir nicht weitermachen können das ja blöd wenn wir einmal find ja toll ist es existiert aber du bist und sehe ich okay aber natürlich eine witzige idee aber wenn man jetzt anfängt stau einzubauen ja 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 nein ja 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 da und und das er hat natürlich in dem mann kommen keine autos in dem ich ja was denn noch kommen das nur noch ein paar hunderttausend ja vielleicht teilen wir auf zwei folgen auch mal gucken auch nicht wenn ich wieder mit stau jetzt fahren diese jahre daher kommt der stadt von hier dann bleiben sie natürlich stehen ja 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 ich bin weg ja natürlich ja okay es ist halt echt nicht so einfach jetzt soll ich mal mit controller probieren können wir gefunden dass es halt mit controller um einiges leichter jetzt kommt bitte nein nicht wieder stau hier kommen könnt ihr nicht einfach eine ja jetzt hat die wieder stau es geht ja schon wieder los oder der bereich nein er hat jetzt reicht aber knapp ich werde versuchen wir kurz gleich mit dem controller einfach als wenn bei 13 minuten während insgesamt sechs stück davon 22 13 und auch das leer Okay Okay, es geht sogar Das macht das Spiel sogar mit Das finde ich schon mal gut Oh, da ist ja Polizei Da werde ich mal ganz kurz das mit Controller machen Mal aussehen, ob das vielleicht besser geht Als mit der Maus Weil es ja eigentlich auch so ein Zielen-Ding ist Und sowas geht immer mit dem Controller tatsächlich besser Weil ich ja die Auswahlmöglichkeit habe Was ich hier jetzt genau Warte, wir mal gucken Weil die Steuerung für Controller Natürlich nicht kenne Ja gut, okay Die Steuerung dafür nicht, aber Okay, das ist einfach Okay, das ist einfach Äh, war Drei Millionen Ja gut Nö, ist nicht einfach Nö, ist nicht einfach Sogar Ja, na Wäre sogar sogar besser Nein Ich kann nicht sein, dass die Kampel mich jetzt aufgehalten hat Moment Also Ja, jetzt Ich biege bitte alle ab Danke Jetzt ist jetzt nicht deine Ernst Wie eine Ampel, wie es mal auffällt, oder? Das ist ein neuer Mist Wie weit bekommen? 33 Ja Hallo Danke Oh, war auch nicht schlecht Äh, diese Einheit, die ich noch immer ein bisschen durchpackt Ich meine, es ist aber auch Schon damals das Schwerste gewesen Meiner Meinung nach ist es auch nicht gerade so einfach Also ich finde Da muss man ganz schön, ja, ganz schön präzise sein Damit das auch gut funktioniert Dann dürfen wir sie auch nicht abbiegen Und müssen auch so ein bisschen Jupp, die dann wie ein Schild aufgehalten, Jubi Aber eigentlich Würde ich jetzt schon Er, ja Dann natürlich auch noch so, als wenn sie Ja, wenn sie sich dann gegnerlich aufhalten Wenn der eine oder andere natürlich dann stehen bleibt Wegen Vorfahrt und so Oder jetzt werden wir auch nicht tun Weil, Gründe Ah, ja Aber jetzt kommen keine Autos mehr Was ist denn das? Ja, ich Ja Ich muss das jetzt ehrlich sagen Ich fand das auch Also es ist halt lustig Wenn du halt im Flow bist Das ist nicht mal echt lustig Aber wenn du halt im Flow bist Die ganze Zeit Ja, bleibt wieder ein Auto stehen Macht das irgendwie auch kein Spaß Es geht, also ich weiß nicht, ne Es geht Also ich würde es ganz gerne In der Folge eigentlich abschließen Weil Es kommen ja auch viel zu wenig Autos Komm ja, komm Ja, kommen irgendwie schon viele Aber irgendwie noch noch zu wenig dafür Ja, jetzt Warum bleibt der denn? Ja, warum bleibt die alte denn stehen? Weil ich jetzt kam oder was? Ja, toll Jubi Also Und dann bleiben die aber mal nicht stehen Also wie Ja, jetzt bleiben die stehen Wenn andere kommen Und mal machen sie es nicht Ja Weil da auch gleich Eine Kreuzung Ganz ehrlich Das ist auch schwer Ja Hallo Oh Jetzt ist die an der Ampel gewesen Mich stört Ey, komm Ja Hallo Oh Hä Achso Ja toll Habe ich zwar Hallo Ja Also es geht Ich weiß nicht Ich finde das Ich bin froh, dass wir das jetzt machen Dann ist das halt weg Ne Aber Der Feind jetzt mit dem Müll wegbringen Aber ein pitziger Weil Komm Cool Gut Genau die Hälfte Er hat wieder nicht gesehen Ey, nee, oder? Nein Danke Als sie alle wieder stehen Bleibt ja Ja, ich bin die Gegend Da sind wir auch eine gute Idee Bleiben sie wieder alle stehen Ey, das ist doch nicht Ach Das ist jetzt wenn man nicht mal immer das witzige Oh Gott ey Das ist MW Ja, jetzt werden sie wieder bestehen Ich weiß nicht Na gut 6 Alter Ernsthaft Toll gemacht Wirklich So wie Ja und jetzt Weil die nicht weiterfahren Ernst Ernsthaft Ja toll Was soll ich denn da machen Da fahren sie jetzt weiter Weil Gründe Oh wow Da ist er steuert Oder weg Ne ist er nicht Ja doch Ach, was weiß der nicht Niedersteuert Oder halt jetzt weg Ja Toll Danke Danke Spiel Ey, das ist auch nicht Oh Gott Ich hab eins Das kann doch Ich verkacke Hallo Nein Komm schon, tu irgendwas Komm Theoretisch Kann man Dann fahren sie auf Wie Steh doch auf Wenn ich leertaste drücke Mensch Ja hier ist ganz gut Oh, das ist halt echt nicht so doll Ja, es geht Also ganz easy Ja Toll Danke Hat er wieder aufgehalten Erfolgreich Der Held der Nation Was ist denn das Ja, da müssen doch mal Mehr Autos kommen Oh, mehr Jetzt brauch ich Autos Ja, ich hab keine Autos Dann kommt von da keiner Dann kommt nur von da Dann mal kommen Und hier kommen Jetzt finden wir hier Komm, fahr mich an Hallo Oh ja Oh, ich hab's nochmal geschafft Durch die Oh, ich hab nochmal Alter Ich hab am Ende nochmal Kombo entlegen können Oh Gott Ja, es geht Also ja Also aufhängt jetzt halt Wie ich es jetzt zu checke Wie man denn das Ungefähr gehen soll Muss ich ehrlich sagen Oh, geht ne Von denen Hier ist eins Und wie oft noch Äh, dreimal Jetzt im Halbfinale Zu sagen Die Hälfte haben wir Oh, shit It's a stack Also ich hoffe mal Was It's a stack Was Ähm Es geht Ja Dann kommen keine Autos Entschuldigung im Stau Also Und die ganze Zeit Jetzt einfach auch Autos werfen Ja Deswegen würde ich Ehrlich gesagt Dann wird die Folge Ein bisschen größer Dann ist es so Ähm Ich würde eigentlich gerne Die Folge abschließen Das wäre glaube ich Auch ein gutes Folgenziel Das wäre Glaube ich echt Ein ganz akzeptables Folgenziel Aber wir können Natürlich auch Sagen Dass wir erstmal Alle Dinge Ja fertig machen Alle Alle Gebäude Und uns dann Irgendwann mal Eine große Folge machen Und dann die Fertigmachen Diese Bedrohungen Das betrug so in sich Kleiner weißt du Dreieinhalb Hallo Hallo Ja Hallo Komm Auto Komm Hä Nein Warum denn nicht Kommt Jetzt bitte kein Stau Wir wollen ja Kein Stau Bitte Alles Ich will jetzt hier Kein Ich will Kein Stau Mensch Ich bin wieder Stau Ich bin wieder Stau Wann macht der nicht Die ganze Stau Ja Ich glaube ich daran Dass sie doch programmiert sind Dass sie die Vorfahrtsregeln zu einhalten müssen Die KI Aber es ist ja schön und gut Aber Das ergibt mir einen Sinn hier Achso Ich habe es geschafft Darüber zu jumpen Ja Jetzt bringe ich noch ein Auto Und ich Irgendwie kein Auto mehr Weil Wir nur in den Weg werfen Nee oder Komm Hallo Nimm ich mit Nimm ich Liebe Komm Fuck Fuck Oh Da hat er noch gezählt Würde ich sagen Oh man die Er macht wieder Stau Oh man Leute Ja gut Das hat er Oh Ganz Hervorragend Der funktioniert Und schon wieder Wir müssen uns ja auch nicht Zieger Gerecht Oh Ja Jetzt kommen die nicht Weil der Stau ist Ey das ist das Geblöde Was ich halt immer wieder Sag Dann Ich weiß ja bis Gewollt ist Aber Wenn das gewollt ist Ist halt echt Ungu Ja So Er macht wieder Stau Juhu Oder wer Ist ja nichts neues Hier Also Ich meine Schon gut Dass die Verkehrsregeln Hier eine haben Aber Das Spiel ist so Bekloppt Da brauchen wir Keine Verkehrsregeln Mehr Also Sag ich jetzt Sag ich jetzt Sag ich jetzt einmal Komm Wow Ja Reicht Oh Na ok Ok Reicht So Sehr schön Sehr schön Ist zum Glück Hier nicht so schwer Aber Ja Muss sagen Es Ist jetzt nicht Was mein Geschmacksnerv trifft Irgendwie Ich meine Ich finde die Idee Lustig Für so Wenn man so Zahn Okay komm Schmeiß ich mal Eine halbe Stunde Vor Autos Prinzipiell Die finde ich Das lustig Ah hier ist Das letzte Da unten Noch eins Und dann war es Noch Äh ja Finde ich Die Idee An sich Lustig Also Scheiße Sollte Das werde ich Mal tun Ähm Nur Da kommt gar kein Flow auf Gar keine Spannung Irgendwie Das was Sowas halt Witzig macht Ist eine Schütze Spannung Aufzubauen In welcher Form Aber Da muss ich Sagen Da fand ich Das mit Den Giften Okay Die Müll Können Von Anderhalb Stunden Gedauert Bis Du Spaßiger Wenn ich Jetzt mal Ehrlich Bin So Mit Diesen Gift Container Wie Von A nach B Zu Bringen Jedes Mal Das war Auch Ein Bisschen Ganz Schönes Hit Aber Das war Witzig So Hier Geht War In Saints To The Third Genauso Darum Da hat man Es Aber gemacht Um Schmerz Hallo Jetzt Sagen Nicht Die Halten Die Halten Weil Grün Oh Gott Okay Cool Ja Das meine Ich Das ist Absolut Unlustig Das ist Unlustig Wenn Ihr Haltet Wenn Grün Ist Lürftig Halten Ja Wenn Rot Ist Ich Wenn Sie Aber Die Verkehrsregeln Halten Und Ist Dann Aber Nur Mal passiert Aua Es Ist Wieder Stau Verarschen Ja Ne Hä Willst du jetzt verarschen Du willst verarschen oder Nein Ey Wäre ein richtiges Auto gekommen Jetzt wird ich mir getrunken Hallo Na gut 739 Das ist ja noch Mach mal Oh Oh Ne Million Schon Was Was Ey Jetzt Komm Nein Angehalten Oh Man Ja Aber hier Ist kein Stau Was Das meine ich Ja Das muss passieren Dann ist ja auch Witzig Genau Dann kommen Autos Genau Okay So Ist ja lustig Ja Okay Jetzt haben wir eh gleich Das haben wir Wow Na gut Das haben wir Okay Wir haben es geschafft Easy Zum glück Hatte Ja Zum glück hatte ich da oben haben konnte Nice 5 ok Noch einmal muss ich es machen Und dann haben wir es Hallöchen Ja dann war ich mal nicht Ich denke mir Wollen wir natürlich auch nicht haben Hey Let's me through Ah ja Ah ja Ah letzte So Okay Alter Aber wir haben es gleich Hey Was Wir Ernsthaft jetzt Wow Was Lass mich doch gleich auf der Linie Okay Ja so war es ja lustig Das meinte ich Dann ist es sützig Händerte Witz Ähm Ja machen wir später In Ruhe Ähm Dann ist es ja doch lustig Wenn man das so macht Nur wenn da irgendwie nichts passiert Und sich alle in die Verkehrste erhalten Oder Ein bisschen so Oh oh Pulsai War zu gut Ich will echt bisschen auffassen wie ich fahre Eigentlich Na gut Jetzt auch egal Ich hoffe ich nicht Das ist irgendwie 6 Millionen oder so Ich hoffe bitte bitte nicht Zweieinhalb nur Wow In 5 Minuten Nein Ich werde immer weniger Okay Jetzt alle von Schwierigkeitsgrad Hier muss man nicht sagen War das Ding Ihr seid echt easy Weil da nachher Im Damals Da wurde es ja richtig hohe Summen Und man dreht mich hoch Nein Geh auf Na ja Jetzt haben wir ja schon bald alles Ja bei Ich habe ja bei 5000 zusammen Im Verhalten Oh 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 es ist ja ja leute aber es gilt auch ok lustig was sie nicht aber aber million jetzt hänge ich da jetzt ist nein darauf ja ich packe an der brücke fest doch leute ja hat sich erledigt ja okay hat dem glück ist witzig aber da ist dem glück relativ schnell weg denn da war meine sorge ehrlich gesagt ich habe reicht ist sehr gut ja machen wir jetzt noch dass wir das noch abschließen genau das laden ist fertig wir haben den laden genau wir haben es geschafft und dann würde ich sagen nächste folge wieder ein bisschen hauptmission ist erledigt wird aber also ich also ganz ehrlich bin froh ist so easy ist easy war easy ist dass es nichts ist was sich lange auffällt deswegen gesagt habe drei millionen aber das höchste in sechs minuten das höchste mehr machen wir nicht und dann reicht das ich meine es ist damals witziger war also hier war es halt wirklich weil die autos immer stehen bleiben und ich meine klar es ist natürlich logisch schnell blinken und so um und du rasten dadurch natürlich ist es logisch so aber bei so einer besonderen mission ist die frage ob man es dann immer noch haben sollte hey welcome back you look pretty good for someone who got run over like a hundred times ja shadow abgeschlossen denn mir ist der kontakt der auf dem telefon mehr an und wenn wir irgendwann erstellte sind zu beginnt täuschen nach und fünf und so viele fels haben wir zu vor wie möglich an mehr belohnen zu erhalten danke shady oaks ja gar keine darauf kein verzichten nice gitarrenkastenwerfer ja neues jahren sind sehr sehr schön gut haben wir haben ein paar läden die wir noch wo es im geschäft ja genau die beiden ecker wie sie überholen müssen aber langsam hier geht es auch irgendwie zu ende nur mit somit ding aber da war schon ordentlich was gemacht na gut ich würde sagen ich danke fürs zuschauen und beim nächsten mal machen wir weiter dann haben wir jetzt nicht gebraucht 40 minuten das das sagt die nach die uhr hier 40 minuten haben wir gebraucht okay ähm ich danke fürs zuschauen ich hoffe jetzt gefallen für 40 minuten war so easy ähm morgen um 18 Uhr geht es wieder weiter hier im let's play saints road 2022 vielen vielen dank haut rein bis morgen euer pirate tschüssi wir sehen uns tschaui tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal